Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Cascadia und zwar der Erweiterung Landmarks. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Cascadia. Sehr erfolgreiches Spiel, Cosmos, der Verlag, Illustration Randy Flynn. Und jetzt gibt es eine Erweiterung. Schon länger eine Erweiterung, aber ich wollte mir Zeit lassen, ausgiebig zu testen, um euch eine Meinung zu geben, ob sich das Spiel, ob sich die Erweiterung überhaupt lohnt und für wen sich denn die Erweiterung überhaupt lohnt. Illustration Beth Sobel von der Illustration, gerade von der Erweiterung, richtig gut gemacht, richtig gut gemacht. Ein paar Angaben fehlen noch und da sind wir schon bei der ersten Neuerung. Zehn Jahre, ja ein leicht gehobenes Familienspiel, ich habe es euch erklärt, schaut mal rein. So schwer ist es gar nicht. Familien, die ein bisschen spielerfangen haben, die sollten damit auf jeden Fall klarkommen. Eins bis vier Personen Grundspiel. Eins bis sechs Personen. Ja, man kann es jetzt auch mit bis zu sechs Personen spielen. Das sorgt natürlich für eine längere Spielzeit. Für eine gewisse Downtime müsst ihr auf jeden Fall kalkulieren. Das ist natürlich eure Entscheidung, aber gerade, weil es auch gerne Familien mit fünf Personen gerne spielen, habt ihr jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit. wird natürlich etwas die Spielzeit verlängern. Hier steht jetzt noch beim Grundspiel 30 bis 60 Minuten. Ja, mit der Erweiterung, mit weiteren Elementen, weiteren Möglichkeiten liegt man auf jeden Fall hier bei 60 Minuten. Und da man jetzt zu fünft und zu sechs spielen kann, benötigt es natürlich auch mehr Material. Ganz klar. Deswegen erst einmal ein Blick auf das Material. Wir sehen jetzt hier 45 neue Wildnisplättchen. Da liegt noch sogar ein Plättchen umgedreht. Warum? Naja, der eine oder andere ist ja ein bisschen genau. Ich schaue da auch genau hin, Carcassonne lässt grüßen mit den Rückseiten, mit der gleichen Farbe, mit der ähnlichen Farbe. Wir haben das im Säckchen, für uns stellt es kein Problem dar. Aber hier nochmal der Info und es steht auch direkt in der Anweitung, dass es da Abweichungen gibt. Das heißt, aus produktionstechnischen Gründen war es nicht möglich. Also ein kleines störendes Element, aber ich wollte es euch auf jeden Fall sagen, dem einen oder anderen ist es ja durchaus wichtig, auch solche Dinge zu erwähnen, gerade wenn es um die Plättchen geht, aber ihr müsst einfach schauen, ob ihr ein Säckchen nehmt oder nehmt es in die Schachtel. Es gibt auf jeden Fall ein paar Optionen. War mir wichtig zu erklären und zu sagen. Und natürlich sieht man hier die Plättchen, die sind mit einem Gipfel dann dargestellt, wie man es auch bei vielen anderen Spielen mit vielen größeren Erweiterungen, kleineren Erweiterungen kennt. Das ist auf jeden Fall hier durch einen Berg dargestellt. So könnt ihr das Material auf jeden Fall wieder trennen. Hier unten sehen wir auch nochmal so fünf Stadtlandschaften, die dabei sind. Es gibt Zapfen. Es gibt hier, naja, das ist natürlich für mich sehr wichtig, gerade was das individuelle Spielen dann angeht, es gibt hier weitere Wertungskarten und zwar je drei Stück von jedem Bereich. Also hier habt ihr wieder viele, viele Optionen. Das finde ich auch richtig gut. Hier das dargestellt oder mit der Fuchs, mit der Entfernung, mit dem Bussard, dass man hier einen Platz benötigt. Also ihr habt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. So merkt ihr, ihr könnt es also super auch integrieren für euer klassisches Spiel. Ihr müsst jetzt nicht zu fünft und zu sechst spielen. Das ist eine Option, die ihr habt, aber ihr merkt, hier habt ihr auf jeden Fall weitere Karten. Neuer Punkt, Wertungsplan ist wichtig oder am Wertungsblock heißt. Es liegen hier natürlich auch die neuen Tiere oder weitere Tiere aus, gerade weil ihr es mit Mehrpersonenspiel zapfen. Und hier gibt es natürlich auch die Landmarker. Das sind neue Elemente, die ins Spiel einfließen. Zu denen komme ich natürlich gleich. Zu gehöre ich natürlich auch die Wertungskarten. Noch mehr Wertungen. Ich muss mich ja schon auf die Tiere konzentrieren. Ja, kommt gleich dazu. Mit den Landmarker habt ihr auf jeden Fall nochmal ein paar Optionen mehr, um natürlich durchaus auch den Schwierigkeitsgrad und die Spielzeit ein bisschen zu verlängern. Ich habe das Gefühl, das wird aber jetzt schwieriger. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, das Ganze wird schwieriger. Berechtigte Frage. Ich bekomme auch dazu einige Anfragen von euch, aber man kann auch das Ganze ein bisschen einfacher gestalten. Quasi ein schnelleres Spiel machen. Schnelleres Spiel bedeutet aber weniger Aktionen, weil ihr bekommt gleich am Anfang fünf dieser Plättchen und fünf unterschiedliche Tiere. Ihr habt also bei dem schnelleren Spiel eine Zusatzoption. Ihr könnt also während dem Zug eures Mitspielers quasi auch hier quasi gleich ein Plättchen und Tier dann platzieren. Das verringert die Downtime, aber man muss rechnen, dass ihr weniger Züge macht. Das ist also die Möglichkeit, ein schnelleres Spiel zu integrieren. Ich sage es gleich vorneweg, wir haben es zweimal gemacht. Ich bleibe beim Klassischen. Wer mit dem klassischen Spiel zurechtkommt, der braucht dieses schnelleres Spiel nicht. Aber das ist eine Option, die auf jeden Fall gegeben ist. Viel wichtiger, ich habe es ja gerade angesprochen, sind die Tierwertungskarten. Ich möchte euch jetzt nicht jede einzelne Tierkarte vorstellen, aber es sind auf jeden Fall drei Tierwertungskarten. Und das ist die erste Option, die wir da genutzt haben. Wir haben das klassische Cascadia dann gespielt und haben einfach hier neue Tiere dann integriert. Die Möglichkeit habt ihr, die Option habt ihr und so habt ihr einfach ein bisschen mehr Variabilität. Aber auch hier, für wen ist es jetzt, ist eine Empfehlung. Das hängt davon ab, wie oft ihr schon Cascadia gespielt habt. Kennt ihr alle Tiere? Habt ihr alle Tiere schon ausgelegt? Und natürlich gibt es hier Optionen, es variabel zu gestalten. Aber wenn ihr das schon oft gespielt habt, dann wird es durchaus interessant, neue Wertungskarten ins Spiel einfließen zu lassen. Ihr habt also wirklich alles gesehen. Wirklich alles. Ihr dürft es gerne mal schreiben als Kommentar, aber vielleicht wollt ihr ein bisschen anspruchsvoller. Die Wertungskarten, naja, die habe ich jetzt im Blick. Die Kombination kriege ich hin, das fällt mir leicht. Und dann herzlich willkommen bei Landmarks. Die Erweiterung heißt ja auch Landmarks und die bietet etwas anspruchsvollere Elemente. Zum einen sind das natürlich die Landmarks. Abhängig von der Spielanzahl, ich werde je nachdem das ein oder andere Bild einblenden, nimmt man solche Landmarks, das heißt von jeder Farbe, also von einem Bäumchen, wenn er zu dritt spielt, drei Bäumchen, die legt ihr zur Seite. Natürlich auch von den Sträuchern, von den Gebirgen, das heißt die Landmarks, die positioniert ihr. Quasi für jeden Spieler ein Landmark. Hinzu gesellen sich dann die passenden Wertungskarten. Oha, noch weitere Elemente? Ja. Das heißt, habt ihr drei Bäume für drei Personen, benötigt ihr natürlich, ich nehme jetzt die Rückseite, benötigt ihr natürlich auch drei Bäume. Es gibt mehrere natürlich, ganz klar. Aber ihr nehmt einfach drei Bäume, drei Wertungskarten von den Bäumen und legt die dann quasi davor. Ich denke, aufgrund des Bildes wird es deutlich, was ich euch da jetzt, was ich euch zeige im Hintergrund, weil dann seht ihr, okay, abhängig von der Spielanzahl kommen dann solche Wertungskarten noch ins Spiel. Aber wen kommen denn die Landmarks überhaupt zum Einsatz? Das hängt von der Größe eures zusammengehörigen Gebietes ab. Habt ihr, bleiben wir beim Bau, ein Waldfeld, was eine Größe von fünf oder größeres zusammenhängt. Dann könnt ihr quasi das Tier, das könnt ihr nehmen, das könnt ihr auch irgendwo anders hinsetzen oder aus dem Spiel nehmen. Aber ganz wichtig, ihr nehmt dann hier diesen Marker, dieses Bäumchen, diese Landmark und setzt auf dieses zuletzt platzierte Feld, dieses Waldfeld, wo jetzt fünf und größer ist oder ihr macht es später, aber auf dieses letzte Plättchen, da setzt ihr die Landmark. Und dann sucht ihr euch eine Wertungskarte raus. Wie, eine Wertungskarte? Naja, wenn ihr als erster ein Bäumchen setzt, habt ihr drei Wertungskarten bei drei Personen und könnt euch also aussuchen, welche zusätzliche Wertungskarte ihr nehmt. Dann wird es aber komplexer. Ja, es wird komplexer. Ihr müsst jetzt aber nicht alle Karten durchlesen. Das mache ich auch nicht. Wenn es zu einer Wertung kommt, gut, die Profis unter euch, die kennen schon die Karten, aber wenn ich dann so einen Landmarker setzen will, dann schaue ich mir, welche Karten noch übrig sind. Wenn ich es mit meinen Kids dann spiele, dann bleibt meistens nur eine übrig. Dann weiß ich schon, die muss ich dann sowieso dann gleich nehmen. Zumindest geht es mir so. Ihr merkt, der Spaß steht im Vordergrund und es wird natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, was man hier macht. Aber diese Wertungskarte, die fließt natürlich dann nochmal ein beim Spielende und bei der Größenordnung. Ganz wichtiger Punkt, weil hier, deswegen gibt es einen neuen Wertungsplan. Dann schaut ihr, manche Landmarker, die haben nämlich auch die Option, die in der Größe, also hier im unteren Bereich, eine Rolle spielen. Manche geben aber auch Punkte. Das tragt ihr hier unten ein. Super angezeigt, auch in der Anleitung. Damit solltet ihr ja klarkommen. Und das ist eine weitere Option. Praktisch, das ist das Erweiterungselement, was das Ganze ein bisschen komplexer macht. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viel Spielerfahrung habt ihr. Seid ihr schon überfordert mit diesen Karten oder nicht überfordert, reicht es euch aus. Dann braucht ihr Landmarks oder die Erweiterung oder dieses Element benötigt ihr gar nicht. Weil dadurch wird das natürlich schwieriger. Ihr habt noch viel mehr Wertungskarten und ihr wisst jetzt schon gar nicht, zumindest geht es mir teilweise so, wo man jetzt die Prioritäten setzt. Anderen gelingt es, mir gelingt es weniger. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie oft das spielt, wie komplex ihr den Cascadia haben wollt. Und zum Schluss greife ich nochmal zur Anleitung. Der eine oder andere kennt es, weil es gibt natürlich auch noch neue Herausforderungen mit Landmarken. Das finde ich richtig gut gemacht, auch für Solospiel. Es gibt viele von euch, die auch gerne Solospielen. Und die will ich nicht außer Acht lassen, weil es gibt mittlerweile so viele Personen, die gerne Solospielen. Warum auch nicht? Und hier habt ihr natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, noch viel mehr Herausforderungen, wie ihr das Ganze gestaltet. Und auch hier nochmal Optionen, Wildnis, Größe 5, all das angezeigt. Und das waren auch schon alle Informationen rund um diese Erweiterung. Und damit bin ich noch bei einem kurzen Fazit. Ja, Cascadia im Herzen der Naturkosmos, der Verlag. Randy Flynn, Illustration, Beth Sobel ist ein richtig erfolgreiches Plättchenlegespiel. Und ich bin mir sicher, das trägt sich noch auch in den nächsten Jahren. Es wirkt ein bisschen abstrakt, aber teilweise mit Thema verbunden. Aber es ist einfach erfolgreich. Und mittlerweile, schon seit ein paar Monaten, ist jetzt auch diese Erweiterung erschienen. Ich hätte auch ein bisschen Zeit benötigt. Ich wollte einige Partien dann absolvieren, bevor ich das euch jetzt in dem Video darstelle. Und Landmark, die Illustration ist richtig gut. Ich finde mir sogar fast besser, als jetzt hier mit den Bergen. Aber das ist richtig gut gemacht. Aber der Inhalt, der spielt auch eine Rolle. Und die einzelnen Elemente, die habe ich euch in den Abläufen gezeigt und bereits ein kurzes Fazit ergänzt. Hier nochmal ein Kürzer, ein paar Informationen. Weil man kann jetzt hier das Ganze mit bis zu sechs Personen absolvieren. Beim Grundspiel waren es vier Personen. Hier habt ihr also die Möglichkeit, mit bis zu sechs Personen zu spielen. Es erhöht natürlich die Downtime, die Spiellänge. Es sind viele weitere Elemente dabei, damit ihr es auch absolvieren könnt, bis zu sechs Personen. Aber es zieht sich natürlich dann hin. Müsst ihr gut überlegen, wie schnell ihr spielt. Wenn ihr zu viert schon eine Stunde oder 70, 80 Minuten spielt, müsst ihr euch überlegen. Dann spielt ihr 90 Minuten, wenn ihr da zu 5, zu 6 spielt, ob das euch nicht zu lang ist. Wir spielen das relativ flott. 45 Minuten bei uns zur Spielzeit. Unabhängig von der Spielanzahl, das geht flott. Da hat man Möglichkeit. Es gibt ein schnelleres Spiel, wo man bereits am Anfang ein paar Blättchen vor sich liegen hat. Hier hat man das Tierrad. Mag ich jetzt nicht. Also Standardspiel reicht aus. Ich brauche jetzt nicht noch ein schnelleres Spiel. Aber die Option ist auf jeden Fall gegeben. Ihr habt natürlich auch neue Wertungskarten. Ein tolles Element. Das ist ein cooles Element. Sowas wünscht man sich natürlich immer. Das ist schon ein Element, das dafür sorgt. Dann will ich dann doch die Erweiterung. Aber hängt davon ab, wie oft spielt der Cascadia. Habt ihr denn schon alles gesehen? Das sind weitere Optionen. Natürlich kommt jetzt ein Element hinzu, wo das Ganze schon fast Richtung Kennerspiel werden lässt. Also für ein anspruchsvolleres Familienspiel. Und das sind die Landmarks. Ihr habt also jetzt hier solche Landmarken und ihr habt natürlich passende Wertungskarten, die natürlich mehr Optionen geben. Nicht nur die Wertungen aufgrund dieser Tiere, sondern auch die Landmarks mit diesen Karten bringen euch Bonuseffekte am Ende. Für die Größe, aber auch für die einzelne Anordnung der Landschaften. Und dadurch wird das anspruchsvoller. Wenn ihr sagt, das Familienspiel Cascadia, das passt, das ist gerade zum Schwierigkeitsgrad okay. Dann ist die Frage, braucht ihr dann die Erweiterung, insbesondere die große Box? Weil im Mittelpunkt stehen natürlich die Landmarken mit weiteren Wertungsmöglichkeiten. Und dadurch steigt der Schwierigkeitsgrad an. Ich glaube, jetzt könnt ihr für euch durchaus beurteilen, ob ihr das dann unbedingt benötigt. Hängt natürlich auch, wie immer, mit dem Preis zusammen. Wir spielen es gerne. Das ist eines der Lieblingsspiele meiner Tochter nach wie vor, weil sie es unheimlich gerne spielt. Und bei dem einen oder anderen Element, je nach Landmarkt, sagt sie auch schon, Ui, das wird ja schon ein bisschen schwieriger. Das hängt von den Karten ab und deswegen tasten wir uns nach wie vor voran. Und wir schauen natürlich, dass wir je nachdem von den Wertungen auch ein paar leichterer nehmen, um da reinzufinden. Weil man merkt schon den Schwierigkeitsgrad an. Und es gibt viele Mitspieler bei meiner Gruppe, die auch sagen, ich bleibe dann doch lieber beim Grundspiel. Also das mit den Landmarks, das ist gut gemeint. Aber da muss man schon ein bisschen Spielerfahrung haben. Oder man hat eine höhere Erwartungshaltung. Wer will das Ganze komplex erstalten? Dann seid ihr auch wieder hier richtig. Also ihr merkt, es ist ein Führen wieder. Aber die Erweiterung bietet auf jeden Fall sehr viele Optionen für euch. Nicht nur eine Erweiterung, sondern sehr viele weitere Möglichkeiten. Auch mit einer Kampagne, auch für Solospiel, das fortgesetzt wird. Also es sind auf jeden Fall einige Elemente. Und ja, hängt wie immer natürlich auch ein bisschen am Preis. Und natürlich an eurer Spielzeit, ne, an eurer Häufigkeit. Wie oft ihr denn das Grundspiel Cascadia dann spielt. Ich hoffe, ich konnte es euch näher bringen. Wir behalten auf jeden Fall die Erweiterung. Weil es sind so schöne Elemente. Auch wenn wir jetzt nicht alles immer dann nutzen. Aber es sind Elemente, die das Ganze variabler gestalten. Und das möchte man auch in einer gewissen Anzahl. Und wir haben das Spiel jetzt auch so oft gespielt. Also für uns auf jeden Fall definitiv mit dabei. Wird sich da drüben gesellen. Und auf jeden Fall eine Erweiterung, die sich lohnt. Ja, ob es weitergeht, weiß man nicht. Keine Ahnung. Es wird natürlich jetzt auch davon abhängig gemacht, wie sich wahrscheinlich diese Erweiterung verkauft. Im Handel bekommt ihr es sicherlich. Da müsst ihr einfach mal schauen. Oder ihr könnt auch gerne die unten genannten Links da nutzen, um uns zu unterstützen. Müssen auch keine Spieler sein. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Aber die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ob das Video jetzt für euch hilfreich war. All das dürft ihr natürlich wie immer gerne als Kommentar schreiben. Freue mich auf jeden Fall wie immer über einen kleinen Austausch. Ansonsten sage ich jetzt danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.